Lustiger Roboter Ein aller Einsatzwagen, alle verfügbaren Einsatzkräfte zur Brücke. Die Bombe ist explodiert. Es war eine große Explosion und es gab eine verletzte Person. Verstanden, wir sind unterwegs. Oh, au. Handy, Handy, du lebst. Wie geht es dir? Der Krankenwagen ist schon hier. Der Doktor wird dir helfen. Ich werde mir dich einmal anschauen. Mir geht es gut, keine Sorge. Mein Auto wurde von einer Explosionswelle weggeschleudert. Aber ich habe nur ein paar Kratzer. Aber mein Auto ist ruiniert. Die Diebe sind entkommen. Ich könnte sie nicht aufhalten. Jetzt weiß ich nicht, wo ich sie finden soll. Die Brücke ist explodiert. Wir haben viel Zeit verloren. Nur noch ein Wunder kann uns helfen. Kopf hoch, Handy, Handy. Die Diebe werden uns niemals entkommen. Wir werden auch mit dem Hubschrauber suchen. Ja, richtig. Mein fliegender Megamax ist repariert. Ich kann ihn holen und nach die Diebe suchen. An aller Einsatzwagen, an aller Einsatzwagen. Ich brauche den Helikopter bei der Brücke. Könnt ihr mich hören? Ende. Verstanden. Bin schon unterwegs. Bin ein paar Minuten da. Ende. Bin schon unterwegs. Ich bin auch unterwegs. Lasst uns die Diebe fangen. Ich bin hier. Ich schaue mich im Bezirk um. Flieger über die Brücke. Ende. Ende. Ich habe schon ein paar Straßen überflogen und nichts gefunden. Die Diebe sind verschwunden. Sucht weiter. Ich habe auch noch nichts. Sucht weiter. Die werden uns nicht entkommen. Die können doch nicht davon geflogen sein. Wofür stecken die sich nur? Wir schauen von allen Seiten. Stopp. Ich glaube ich habe sie gefunden. An aller Einsatzwagen. Das verdächtige Auto wurde in einer Unterführung gefunden. Die Lichter sind an. Keine Bewegungen im Auto. Ende. Verstanden. Ich beeile mich. Wir werden sie umzingeln und fassen. Das Auto ist leer. Es gibt niemanden zu fassen. Die Diebe sind wieder entkommen. Alles ist ruhig. Die Türen sind offen, aber es ist niemand hier. Ja. Schon wieder zu spät. Unglaublich. Die sind uns immer ein Schritt vorraus. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun wollen. Wohin könnten die Diebe gegangen sein? Ich glaube sie spielen mit uns. Wir sind immer einen Schritt zu spät. Wie lange wollen die uns noch austricksen? An alle Einsatzwagen. Der Zentralsafe in der Stadtbank wurde gerade geknackt. Eine große Summe an Bargeld und Gold wurde gestohlen. Da sind unsere Diebe. Jetzt fangen wir euch bestimmt. Los geht's. Ich folge ihnen. Leute, lasst uns eingreifen. Wir kommen, Handy-Andy. Wir werden sie umzingeln. Die Diebe werden in einer Falle sein. Achtung, grauer Lieferwagen. Sofort anhalten. Ihr seid umzingelt. Gebt auf. Ah, wir haben sie umzingelt, aber sie wollen immer noch nicht aufgeben. Ihr könnt uns nicht entkommen. Gebt auf. Ihr seid umzingelt. Stellt den Motor ab und steigt nacheinander aus. Hände über den Kopf. Ich wiederhole. Ihr seid umzingelt. Steigt sofort aus dem Auto. Was ist hier nur los? Haben sie sich selbst in die Luft gejagt? Wir müssen sie sofort aus dem Wagen ziehen. Sie können ersticken. Oh, oh. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Sie haben das gestohlene Geld mitgenommen. Sie können ja nicht in den Boden gefallen sein. Ah, ich verstehe. Die Explosion war ein Ablenkungsmanöver. Wir wollten sie retten, aber sie sind in den abgelegenen Tunnel entkommen. Denken die, sie haben alle überlistet? Haha. Ich weiß, wohin der Tunnel führt. Macht euch bereit. Ah, jetzt habe ich euch. Endlich haben wir sie gefasst. Die Jagd hat ein Ende. Wir haben es geschafft. Diese Räuber werden lange im Gefängnis schmüren. Danke für eure Hilfe. Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.